In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Gleichung lösen kann mit dem Satz vom Nullprodukt bzw. Ausklammern. Als erstes wollen wir natürlich klären, was dieser Satz vom Nullprodukt überhaupt ist bzw. aussagt. Naja, die Grundlagen dazu habt ihr bereits in der Grundschule gelernt. Und zwar, wo zum ersten Mal die Multiplikation beigebracht wurde, habt ihr gelernt, und 0 mal 3 ergibt 0 beispielsweise, aber auch 5 mal 0 ergibt 0 und ebenso 0 mal 0 ergibt 0. Schlussfolgernd kann man sagen, wenn bei einem Produkt oder bei einer Multiplikation einer der Terme oder beide Terme 0 sind, ist das Ergebnis natürlich 0. Richtung Mittelstufe hat man natürlich angefangen, das Ganze auch auf Buchstaben zu beziehen. Das bedeutet, wir haben hier eine Gleichung, a mal b ist gleich 0. Die Schlussfolgerung ist dann, dass entweder a 0 ist, also das wäre dann eine der Lösungen, oder b 0 ist, oder beide 0 sind. Und wenn wir die Gleichung ein bisschen erweitern, dann auch hier könnt ihr diesen Produkt erkennen, x mal die Klammer. Das bedeutet auch hier indirekt, dass entweder x 0 sein kann, also die erste Lösung dieser Gleichung wäre x1 gleich 0, oder den Term in diesem Klammer 0 sein kann. Entsprechend müssen wir hier noch ein bisschen umformen, also die 3 rüberbringen mit minus 3, und dann hätten wir schon die zweite Lösung dieser Gleichung. Und dann Richtung Abiturprüfung haben wir die Gleichung angefangen, so auszusehen. Oder so, oder so. Und damit werden wir uns natürlich in diesem Tutorial beschäftigen. Bevor wir zu den Beispielaufgaben gehen, wäre noch eine Kleinigkeit zu klären. Und zwar, auf welche Art von Funktionen ist überhaupt dieser Satz vom Nullprodukt anwettbar? Die Antwort dazu ist einfach. Alle. Damit ist gemeint. Auf Potenzfunktionen, Exponentialfunktionen oder Trigonometrische Funktionen. Und natürlich, damit das Ganze noch ein bisschen mehr Spaß macht, jede Mischung aus dieser Funktionen, wie zum Beispiel Exponential- und Potenzfunktionen oder Trigonometrische und Exponentialfunktionen, sowie Potenz- und Trigonometrische Funktionen. Natürlich werden wir jetzt in Verbindung mit jeder dieser Funktionsarten verschiedene Beispielaufgaben anschauen. Unser erster Beispiel ist natürlich dann eine Potenzgleichung. Und in erster Reihe musst du hier in der Lage sein zu erkennen, ob dieser Satz vom Nullprodukt überhaupt anwendbar ist. Das heißt, übersetzt, ob überhaupt ein Produkt vorliegt. Und ich glaube, das ist hier ganz gut erkennbar. Wir haben zwei Klammern, das sind unsere zwei Terme, und beide sind verknüpft mit mal. Aus diesem Grund können wir mit gutem Gewissen sagen, entweder kann die linke Seite 0 sein, das heißt, x plus 2 hoch 3 kann 0 sein, oder die rechte Seite könnte 0 sein, das ist x² minus 9 ist gleich 0. Gut, auf der linken Seite müssen wir natürlich zuerst die hoch 3 loswerden. Das schaffen wir, indem wir einfach die dritte Wurzel ziehen. Und dann haben wir x plus 2 ist gleich 0. Dritte Wurzel aus 0 ist natürlich 0. Noch ein bisschen umformen. Die 2 geht rüber mit minus 2. Und damit habt ihr schon die erste Lösung. x1 ist minus 2. Auf der rechten Seite ebenfalls umformen. Die minus 9 geht rüber mit plus 9. Dann haben wir x² ist gleich 9. Dann ziehen wir die Wurzel. Und es gibt natürlich zwei Lösungen. Eine positive, x2 ist gleich 3. Und eine negative, x3 ist gleich minus 3. Das wären dann die drei Lösungen dieser Gleichung. Leider ist es nicht immer so gut erkennbar, dass man diesen Satz vom Nullprodukt anwenden kann. Bei dem nächsten Beispiel könnte man schon beim direktes Hinsehen erkennen, dass es sich eigentlich um eine Differenz handelt. Allerdings, zum Glück haben diese zwei Terme hier was gemeinsam. Also diese 2x auf 4 und 8x² haben, um genauer zu sein, ein x hoch 2 gemeinsam. Deshalb kann man diese Gemeinsamkeit ausklammern oder nach vorne ziehen. Von der Klammer. Das machen wir jetzt auch. Das bedeutet, beim ersten Term bleibt dann nur noch 2x hoch 2 übrig. Und bei dem hinteren Term steht natürlich nur noch die minus 8. Und spätestens jetzt erkennt ihr wieder diesen Produkt. Also, linke Seite Null setzen und rechte Seite Null setzen. Linke Seite bedeutet x² ist gleich 0. Dann können wir natürlich wieder die Wurzel ziehen. Und dann haben wir x1. Eigentlich ist das x1 2, aber es gibt kein plus minus 0. Es gibt nur eine 0. Deshalb schreiben wir nur x1 hin. Und auf der rechten Seite setzen wir den Inhalt dieser Klammer 0. Und formen noch ein bisschen um. Heißt, erstmal plus 8. Haben wir 2x² ist gleich 8. Dann muss noch die 2 vor dem x² weg. Deshalb geteilt durch 2. Somit x hoch 2 ist gleich 4. Und dann ziehen wir natürlich wieder die Wurzel. Somit x2 ist 2. Und x3 ist dann minus 2. Und auf diese Weise kommt dann das Ausklammern ins Spiel. Jetzt das Ganze nochmal bezogen auf die E-Funktion. Also, wenn wir diese Gleichung anschauen, erkennen wir sofort wieder ein Produkt aus zwei Termen. Linke Seite ist e hoch x. Das bedeutet einmal e hoch x gleich 0 setzen. Und die rechte Seite ist dann e hoch x minus 4 gleich 0. Bei der linken Seite gibt es ein Problem. Eine natürliche Exponentialfunktion kann niemals 0 oder negativ sein. Deshalb bringt dieser Ansatz keine Lösung mit sich. Aber auf der rechten Seite kann man noch ein bisschen was machen. Und zwar einmal die minus 4 rüber mit plus 4. Dann haben wir e hoch x ist gleich 4. Dann entsprechend logarithmieren, damit die E-Funktion verschwindet. Und somit haben wir als Ergebnis, und einzige Ergebnis, x ist gleich ln von 4. Natürlich kann auch hier vorkommen, dass dieser Satz vom Notprodukt nicht auf Anhieb gut erkennbar ist, wie in diesem Fall bei der zweiten Beispielaufgabe. Hier empfiehlt sich zuerst, alles auf eine Seite zu bringen. Gut, das empfiehlt sich bei jeder Gleichung eigentlich, damit man gut erkennen kann, was eigentlich zu tun ist oder welcher Ansatz man benutzen sollte. Entsprechend haben wir dann e hoch 2x minus 2 e hoch x ist gleich 0. Und spätestens jetzt ist eigentlich gut erkennbar, dass beide Terme wieder was gemeinsam haben, und zwar ein e hoch x. Deshalb klammern wir dieses e hoch x raus. Beim linken Term bleibt natürlich ein e hoch x übrig und bei dem rechten nur die minus 2. Und jetzt haben wir wieder unser Produkt. Also erste Möglichkeit heißt e hoch x gleich 0. Aber wir haben es schon gesehen. Vorher gesehen, das bringt keine Lösung mit sich. Deshalb nehmen wir die zweite. e hoch x minus 2 ist gleich 0. Und hier müssen wir noch ein bisschen umformen. Somit haben wir e hoch x ist gleich 2. Logarithmieren. Und die Lösung lautet x ist gleich ln von 2. Bei den trigonometrischen Funktionen sieht die Sache ähnlich aus. Allerdings kommen noch ein paar Besonderheiten dazu, vor allem wenn man in dem Teil ohne Taschenrechner ist. Also wir haben hier eine trigonometrische Gleichung und wir müssen alle Lösungen im Bereich 0 bis 2pi rausfinden. Ich glaube, das Produkt ist wieder gut erkennbar. Das bedeutet, linke Seite wäre dieser Cosinus x. Was wir natürlich 0 setzen. Und die rechte Seite vom Produkt wäre in diesem Fall Sinus x minus 1 soll 0 sein. Gut, wie geht es weiter? Wenn wir jetzt auf der linken Seite schauen, das geht nicht so einfach weiter, weil man kann nicht einfach nach x auflösen. Außer man hat entweder die Schaubilder von Sinus und Cosinus zur Verfügung oder eine Wertetabelle oder einen Taschenrechner. Wir benutzen jetzt die Schaubilder. Und zwar, wir müssen jetzt herausfinden, für welchen x-Wert Cosinus 0 ist. Und da gibt es natürlich einiges zur Auswahl. Also Cosinus ist hier am Schaubild die blaue Kurve natürlich. Und zum ersten Mal ist sie hier 0 bei pi halbe. Also das bedeutet, x1 wäre dann entsprechend pi halbe. Und die zweite Stelle ist 3pi halbe. x2 ist dann 3pi halbe. Dann zu der rechten Seite. Hier können wir natürlich noch die minus 1 rüberbringen mit plus 1. Und da haben wir entsprechend Sinus x ist gleich 1. Also müssen wir am Schaubild der Sinus-Funktion, das ist das grüne Schaubild hier, schauen, für welchen x-Wert in diesem Bereich 0 bis 2pi die Sinus-Funktion den Wert 1 annimmt. Naja, wenn wir auf der y-Achse bei 1 schauen, dann werden wir nur hier einen Punkt finden. Und das ist natürlich wieder pi halbe. Also, x3 wäre dann pi halbe. Natürlich bei der Lösungsmenge lohnt sich das nicht nochmal hinzuschreiben. Wir haben nur zwei verschiedene Lösungen in diesem Bereich. Und natürlich kann auch hier dieses Ausklammern eine sehr wichtige Rolle spielen. Wie zum Beispiel bei dieser Aufgabe. Wir haben auch hier eine Differenz von zwei Termen. Aber zum Glück haben sie wieder was gemeinsam. Und zwar beide beinhalten ein Sinus x. Deshalb können wir diesen Sinus x ausklammern. Dann haben wir Sinus x, Klammer auf. Auf der linken Seite bleibt nur Cosinus von x übrig. Und auf der rechten Seite die Minus 2. Und das Ganze natürlich gleich 0. Dann linke Seite vom Produkt 0 setzen. Das heißt, Sinus x ist 0. Und rechte Seite 0 setzen. Cosinus x minus 2 ist gleich 0. Auf der linken Seite suchen wir alle x-Werte, für die die Sinus-Funktion 0 ist im Bereich 0 bis 2pi. Also, wir schauen wieder auf die grüne Kurve. Die erste Lösung, die wir finden, ist natürlich bei 0. Die zweite ist bei pi. Und die dritte ist bei 2pi. Und alle diese drei Lösungen können wir eigentlich hinschreiben. Die gehören alle in diesen Intervallen zwischen 0 und 2pi. Und x3 ist dann 2pi. Und auf der rechten Seite formen wir wieder ein bisschen um. Also, plus 2. Somit ist Cosinus x gleich 2. Wenn wir jetzt nach einer Lösung suchen, naja, da können wir lange suchen, weil 2 auf der y-Achse ist hier. Das bedeutet, bis hierhin müsste die Cosinus-Funktion hinkommen, damit es eine Lösung gibt. Und das tut sie natürlich nicht. Maximaler Wert von Cosinus x ist selbstverständlich 1. Also, dieser Ansatz bringt keine Lösung mit sich. Und wir haben nur diese drei Lösungen hier auf der linken Seite. Zum Schluss noch eine kleine Zusammenfassung, beziehungsweise ein paar Hinweise. Ich habe bereits erkannt, nicht immer ist es so gut sichtbar, dass man diesen Satz vom Notprodukt anwenden kann. Deshalb Empfehlung. Formt die Gleichung immer so um, dass auf einer Seite 0 steht. Und dann überprüft die Terme, ob sie was gemeinsam haben. Wegen diesen Ausklammern. Wie ihr gesehen habt, bei der trigonometrischen Gleichung ist die Sache ein bisschen komplexer. Wenn man keinen Taschenrechner zur Verfügung hat, muss man natürlich auch die Schaubilder kennen. Und weitere Tutorials zu Thema Lösung von Gleichung oder andere Themen aus der Analysis findet ihr wie üblich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.